Herzlich Willkommen zurück liebe Minecraft Freunde bei Feed the Beast Unleashed. Mein Name ist Kuai und wir starten direkt mal wieder in-game. Als ihr euch noch verändert, wir waren gerade eben noch bei den Öfen, haben unsere Bricks reingetan, sprich unsere Mörtel. Und das haben wir jetzt rausbekommen. Versenkt der Ziegelstein. Lass wir daraus machen. So, und einfach, um uns erst mal 16, ja, ich glaub das wird sogar noch nicht mal reichen. Und ihr hört natürlich halt nettes Tisswetter, was ich hoffe, wir bringen das Ding auch mal direkt hier irgendwo aufbauen. Wenn wir mal mit Eisen, jetzt schmeißen wir uns erst mal hier rein. Dann brauchen wir mal ein bisschen Wasser, schon mal holster. Das Heil ist nicht so besonders groß, ja, aber... Dennoch mag ich das ein bisschen Plätze putzen. Also, dann fahren wir mal mit Eisen und das 3-1, 2-2, 3-2, und hier Richtung. Da. Und... Das ist gut, dann in Darm der인가. Dann... 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 Ah, noch trächtig. Hm. Was ist das? Irgendwann mal wieder ab. Ah, natürlich. Eine Spitzhacke vor. Was ist denn? Was ist das? Ja? So. Ein bisschen draus. So. Kann ich in die Spitzhacke? Dann. Dann. Dann wieder mal zurückwerfen. Ne, falls es wieder ein Peichgerot dahinten ankommt. Ja. Ja, gut. Dann setzen wir da mal dran. Ohne wieder ab. Nicht schmattern. Jawohl. Hm. Hey, ich glaub das lassen wir hier so. Ähm. Hm. Ja. 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 Ähm. Ja. Ähm. Also lassen wir hier so weg bleiben. Die Fischertion. Ja. Dann. Jetzt. Endlich machen wir was lassen. Und dann einfach. In die Höhe bauen. Ja. 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 Jetzt hat sich noch mal eine große Zeige mal anschauen. Ja. Große ziehen. Oh, ich meine. Ja. Ah, na. Ah, na. Na, da muss ich mal Öl gehen oder... Ne, das weiß man ja, das ist nicht so. Jetzt können wir das Nudstoffe haben. Schön, wie wir das Rest müssen können wir auch ein bisschen Schmelzer ein... ...wann jetzt machen. Na, ganz schön, mal. Da unten wir noch, da unten. Einfach nicht greifen. Nicht weiß was. Jetzt bringt uns. Okay, hilft nichts. Dann müssen wir dann wieder raus. Wir gehen mal wieder zu drücken in unsere nette kleine Höhle. Da haben wir besonders viel Glück, wenn man kommt. Ich verletze uns das jetzt auch nicht. Ich ging ja noch hinten weiter. Ist ja nicht abgebaut? Ja nicht noch? Okay, das ist ja noch problem. Ich weiß sogar noch nicht viel. Da kommt davon, wenn man nicht anständig auch nicht immer abfährt. Ich denke mal, das wird auch noch nicht reichen. Wir werden auch direkt mal weiterlaufen. Fakkel reinstellen, damit hier natürlich nichts drin spawnt. Schwert im Anschlag, was natürlich halter Marsch ist. Machen wir mal weiter. Okay. Ach ne, muss das sein. Halb unten. Halb unten. Ah, das ist gesunder. So. Noch mehr Gravel. Also die Höhle, die hat uns verdammt viel Glück gebracht jetzt. Wir haben ja verdammt schnell voran jetzt. Ich glaube hier nach. Gucken wir nochmal ganz kurz rum. Ich bin hier noch was. Ich bin recht viel hier. Ich bin hier noch mehr. Oh. Okay, da baue ich nicht weiter ab. Das nehmen wir aber mit. Und nicht sogar noch mehr Gravel. Noch mehr. Hier. Ganz viele Freunde. Grüne Freunde. Ich total mag. So sehr. Ja. Wann muss das denn sein spinnchen? Wann muss das denn sein spinnchen? Ja. Mach mir ja immer zu. Ja. Wir sind's in allem. Na ja. Ist das so ein verdammt viel, was wir hier rausholen. So ein klein. In Anführungszeichen. Klein. Cave hier. Und wir haben's ja nicht komplett abrundet. Das reicht jetzt. Boah. Ja. Das reicht wirklich. Ja. Da haben wir jetzt schon direkt unsere Schmelzerei fertig. Bade. 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 das nehmen wir noch mit gern steil für den arsch ledermaus natürlich ja ja die kohle nehmen wir mit ich bin immer noch ein bisschen krank wie schon in der letzten folge erwähnt diesen eiseneisen der vor die folge also die allererste waren wir schon bei 20 minuten und so viel wollte ich eigentlich nicht machen das maximum und hatte eine grenze das was ich wollte eigentlich aber naja immer mitnehmen das ist sowas von nützlich genauso wie tenor das ist jetzt auf jeden fall da unten ziemlich gut an also halt wasser und eventuell dass wir dort auch definitiv aber finden werden das ist so der nächste schritt deswegen brauchen wir aber auch eisen verdammt viel eisen muss man ehrlich sagen denn unsere ersten sachen werden aus eisen bestehen die kann man auch natürlich dann reparieren wie viel kostengünstiger und die und die sachen sind einfach dreimal so effektiv natürlich halt das war das war mehr mein akku dass ihr das überhaupt gehört habt und nicht ich hab nichts gesagt steinkohle nehme ich jetzt aber mit den ohr auch nichts runter gefallen und jetzt ab nach oben ihr hört das schon es ist wieder solle bierwurst kommt ja nicht da aus wo ich raus wollte aber das ist natürlich auch ein weg den wir nicht einschlagen werden weil wir haben natürlich noch nicht unser häuslein markiert ja klasse ich bin schon im weg zurück keine sorge und hier sind wir dann auch schon beim bärensteinarsch ist auch schon unser ausgang seht ihr ja 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 Bitt ihr das? Bitt ihr das? Zwei Text pro Box? Genau vor der Haustür. Ich hab doch noch Sitznitz dafür. Nein. Nein. Oh. Dann fach. Wuh. Ah. Ich muss noch eine Mäsche von einem Zimmer machen. Keine Ruhe. Zudem ja auch hier. Zuerst bin ich mit der Klappe zu machen. Ja. 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 Oh. Im Gegenteil ist es ein stake. Ich nehme erst das so ein Mas zu lagern. Mh. Ok. Dann haben wir unser Merkel. Das Tier. Zonn. Ich weiß nicht, dass das noch ausgeschaut ist, da kann ich es da rein. Da kann ich es nicht mehr haben. Gemerkt nicht genug. Da kann ich es nicht mehr haben. Das kann ich jetzt nicht voll und ganz reichen. Dann ist es auch reich. Wenn ich es wäre reich. In den Ofen und Passen reinschmeißen. Nein, Passen. Das war schon wieder mit der dritten Folge. Wenn es wieder heißt Minecraft Feast Unleashed. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.